Musik Mit einer Hochzeitszeitung haben sie sich viel Arbeit aufgebrummt. Texte müssen geschrieben werden, Bilder gesucht und gescannt, Anzeigen gesucht, Lebensläufe recherchiert und vieles mehr. Wir von Flitter haben uns gedacht, wir bringen ihnen einen kleinen Lichtblick ins dunkle Chaos. Schauen Sie mal auf www.flitter.de-hochzeitszeitung-vorlage. Hier können Sie verschiedene Layouts kostenlos downloaden und digital bearbeiten. Sie können die Texte und Bilder schon mal vorbereiten und brauchen sie nur noch via Copy & Paste in die für Sie passende PDF-Vorlage einfügen. Die grauen Felder zeigen an, wo Sie etwas hineinschreiben bzw. wo Sie Bilder hochladen können. Eine Spalte, zwei Spalten, Text und Bild und vieles mehr. Sie brauchen sich kein eigenes Design mehr ausdenken, sondern haben verschiedene romantische Layouts zur Auswahl, die alle zusammenpassen und ein schönes Gesamtbild abgeben. Machen Sie dann einen Probedruck mit Ihrem Drucker oder lassen Sie die Zeitungen von einem Copyshop ausdrucken. So macht das Arbeiten doch gleich viel mehr Spaß. Auf die Plätze, fertig, Flitter!